sagge grüß meine freunde da andy hier und als begleitung habe ich diesmal den der basti am start wir zocken jetzt einfach mal eine runde battlefield dry obwohl wir das nicht so das aiming drauf haben aber einfach so zum fun einfach nur gucken wie es läuft was haben gesagt landung am strand gehen wir raus am beach ich habe hier gleich eine levi am start kommen sie rein kommen sie ran ich hole den mal ab hier und drin ist er ich bin drin bei dir ich fühle mich wie zu hause oh nein wir werden angegriffen wo kam das her ich glaube das war ein umschrauber oder der umschraubärer soviel zum aiming oh nein ich nehme dann lieber den chief den treff ich auf jeden fall oder auch nicht oh nein jetzt cool schnell weg hier irgendwas hat uns hier im visier ich glaube da hat nur jemand so flammer aufgestellt und so bleiben wir mal hier stehen schön umgucken da irgendeiner ist irgendwo kommt von vorne was ja ein hubschrauber fuck wow alter wie ich es hasse diese dreckstyp mehr scheiß hubschrauber hast du es überlebt oder ja komm rein rein toll das war jetzt eine mide oder was ne da war noch mal ein dings hinter uns fuck uhr 17 wenn um immer die ist gekauft damit ich sagen fliegen wir gleich mal zu b weil da wird wohl irgendwas gerade gemacht springen dann raus oder so andere auf menschen ja die haben es gerade eingenommen wo sitzen der typ links oh scheiße wir werden da fast wow raus ja lustig hast du es doch geschafft ja oh da ist einer oh nein 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 hier ist überall explosions oh mein gott da ist schon wieder dieser dreckshubschrauber irgendwo da oh nein wow was war das was hat mich denn jetzt erwischt er kommt bei mir raus ich versuche so weit wie mich nicht zu überleben aber hier ist gerade voll angriff auf können wir den reparieren wow oh scheiße oh das sind schon wieder hier wie das so flypros am start hier lieber ein stinger mit oder so statt ein rpg uh 17 wenn da ist schon jemand drin hoffen die überleben wird es auch so lang sobald du das piepen hörst dann sofort raus raus warum konnte ich denn jetzt ich bin raus alter und dann war der boden da hübs so geil scheiße panzer was war das denn jetzt ich glaube hier ist nicht so gut b ganz schlechtes idee bei b ranger hd ich geh mal bei dem typen aus oh ja toll oh nein es ist jetzt schlecht oh nein was denn komm ich bleib einfach stehen weißt du ey ganz ehrlich so der erste wird weggespratzt links neben mir dann du sagst du oh nein weißt du dann brauch ich doch einfach stehen bleiben wenn ich spawnen oder brauch ich mich doch eigentlich gar nicht mehr bewegen fuck ey ja b ist einfach kacke aber irgendwie sind sie überall da ich geh trotzdem mal bei ich komm mal bei dir raus und zwar mit der small ach mann ich wechsle gerade auf den defi und dann kommt der penner um die ecke alter das kann doch nicht sein da ist aber noch einer pass auf noch irgendwo ist da noch einer ja direkt vor mir wir sind im la wie pass auf achten 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 komm dann lassen wir uns hier bei f einnehmen ja aber hier auf der straße ist auch nicht so gut wir haben einen feindlichen heli in eurem einsatzgebiet gesichtet rücken mit äußerster vorsicht weiter vor aber ich weiß nicht weil er doch auf dich achten achten ja aber wir haben das einsatzziel erober wir haben das einsatzziel erober ja ist klar ich mich jetzt auch gerade einmal was war das war das ach der scheiß schiebe ist explodiert hier ist ein panzer könnten wir doch mal richtung e oder der depp sie wenig das ist doch immer so lange dauert mit dem hier der ranger ist da unterwegs jetzt bei e ja ich fang noch bei f rum weil hier ein panzer am start ist auch geil sein kleine otze kommt noch mal zu dir ja bitte das werde ich wahrscheinlich eh gleich keine tings mehr haben kann aber bis bei e oder ich bin jetzt bei e ja ich bin gerade down ich verstecke mich hier unten dann kannst du bei mir spawnen sitzt im gebäude oben ich sehe sie schon auf der minimap aber die werden wahrscheinlich oben sein snipen oder ich glaube nicht dass die auf der ebene sein kann so weit oben war der jetzt gar nicht da kommt ein panzer wieso habe ich so viel smog in dem zu jawohl der ist down da ist einer rausgesprungen da muss noch irgendwo einer rumhängen hier ich habe nämlich gesehen der ist ausgestiegen vorher aus dem panzer was sei denn dann hat jetzt jemand anders noch erwischt und das glaube ich eigentlich nicht da können wir mit dem ding hier durch die gegend fahren mit welchem ding hier mit dem ich komme mal aufräumen hier ich habe hier oder ich wicke es steigen sie ein eins von drei zwei von drei in der schaufel landet ist gerade einer gelandet mit einem fallschirm raus hier ähm эhm wohin feindlicher helikopter wurde in eurem gebiet und nein jetzt ist die gelegenheit einen Hubschrauber abzuknallen Und ich Depp Warte, der Steck gleich stimmt gleich aus hier Und ich Depp hab keine Dinger mehr Keine Raketen für meinen Smoo Geben wir jetzt hin Äh, achso, ich muss ja Ziel setzen, ey, lass mal zur F gehen Das ist ja gleich hier Da steht die Panzer hier, oder? Ah, da ist ein LEV hier vorne Zurück, zurück, zurück Lass bleiben Oder so Ja Er probiert mich nicht zu bewegen, vielleicht sieht er mich nicht Oh nein, da kam er hochgefahren, ey Ah, da stehen sie schon wieder zu zweit rum, ey Fuck Le fuck Na toll, wir haben gar nichts Und der mit seinem Hubschrauber Schau mal, schaut den Penner an, ey Der ist schon wieder am rumtrollen mit seinem Hubschrauber, ey Mein Gott, ey Die Seefahrt, die ist so dick, eine Seefahrt Dafür muss ich dich jetzt erschießen, ist ja klar, ne? Ja, es ist ja kein Wunder, dass wir verlieren, wenn die... Da am rumtrollen sind an unserer Basis Wir schauen plötzlich... Oh, 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 oh Ich hätte vielleicht nicht ballern sollen Er zieht uns Schnell raus, gleich Schnell, Schnell, Schnell... Schnell, 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 Schnell Oh, Schnell! Raus! Gern mal Granate da hochwerfen. Einfach mal so provisorisch. Toll. Die bossige Frontsau hat mich erwischt. Echt? Mit dem Panthorn. Ich kann da jetzt nicht hoch. Nee, lass bleiben. Ich muss bei dir spawnen. Oh, fuck. Was war das denn jetzt? Ranger spawnen. Oh. Ey, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott, ist das schlecht. Alter. Alle Einsatzziele haben die hier. Und wir stehen hier rum. Ach, kack. Wir haben schon wieder gar nichts mehr. Ach, können meinen Hubschrauber raus und rausspringen. Äh, doch. Hier ist doch einer. Kannst du spawnen bei mir machen? Nein, 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 nein. Genau. Da kommt was von hinten. Hm. Ja. Königstens haben wir jetzt mal einen eingenommen, ja. Ja, hinter uns ist einer. Ist hier irgendwo im Gebäude drin. Hier drin? Ja, mein ich. Oh, fuck. Ja, hab ihn. Sehr schön. Boah, ich muss mir das auch angewöhnen, ja. Wenn die nah dran sind, dass ich nicht immer in den Fokus an sich gehe, weißt du, sondern einfach aus der Hüfte schieß. Aber... Worauf schießen die jetzt? Auf den Panzer. Oh, fuck. Ja. Trottel. Ich halte es mal zu F. Ah, ich höre schon wieder einen Panzer hier. Da oben ist einer hier über uns. In dem Ding. Ich bin bei F. Da kommt ein Jeep zu F. Wir haben gerade das Einsatzziel neutralisiert. Aufmerksam. Ja, und scheint wohl nicht nur ein Jeep zu sein, sondern auch ein Panzer. Mann hat einen feindlichen Panzer in eurem Operationsgebiet gesichtet. Fuck. Aufmerksam. Ja, und dann kommt auch noch der L.A.V. hier. Oh nein. Das wollte ich nicht. Alter. Ich setze an mit der S.M.A.V. auf den L.A.V. Und in dem Moment steigt der Typ aus den I.R.A.Z. hinein voll mit dem S.M.A.V. weg. Ich gehe mal bei... Ich sage ich bei dir raus, komm. Ich komme mal bei dir raus. Da oben ist einer. Der ist down. Okay, ich muss das L.A.V. hier schnappen. Nein, da sitzt einer drin. Och nee. Der ist gerade eingestiegen da. Alter. Und ich war noch am Reparieren und denke mir so, hä? Wieso kommt das Zeig nicht für die Reparatur? Und ich habe ihm halt... Wie hat der drin so... Das Eumel... Der scheint auch ganz gut dabei zu sein. Panzer! Oh mein Gott. Scheiße, die haben mich hier festgenagelt! Oh fuck! Oh fuck! Wir sind... Gewinn! Oh fuck! Schon wieder die Frontsau, hä? Aber einen habe ich ihm noch mitgegeben, hä? Nein! Oh shit! Viper? Oh nein, dann schalte ich sie weg. Nein, Viper ist... Nein! Was jetzt? Viper! Der Panzer! Boah, das sollte mir eigentlich einer in die Flugabwehr bei unserem Flugzeugträger gehen, weil... Das... Von wegen hier kein Spawnrape und so, ne? Ah, das ist schon wieder so ein Trollo. Ich geh mal an die Flugabwehrkanone hier, ganz kurz. Einfach nur um den Arsch da runter zu holen. Damit der nicht denkt, der kann die ganze Zeit so ein Scheiß hier abziehen. Naja, verpiss dich, man. So. Da ist noch einer. Und jetzt hänge ich auf dem blinden Flugzeugträger rum. Achtung, wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Oh, der ist auf dem blinden Flugzeugträger. Ja. Ach, scheiße. Da haben sie, glaube ich, gerade einen... Ja. Oh nein. Oh, und der Typ trollt hier mit seinem Hubschrauber rum. Oh nein. Ah, ne, der hat bloß auf den Dings gewartet. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen! Achtung, habt den Feindlichen Gännis in den Kuchen. Aber ich hab jetzt keinen Bock da die ganze Zeit in dem... Backe! Verdammt, so ne Scheiße! Der Feind kontrolliert jetzt alle Einsatzziele, over! Ich hab nen feindlichen Jet gesichtet, over! Oh, Hubschrauber. Warte, 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 warte! Bin? Ja! Ja! Äh, ne! Was war denn jetzt? Hä? Ist jetzt irgendein anderer eingestiegen, oder was? Ne, warte mal! Ja... Ja, komm, geh weiter! Ich nehm' mir hier irgendwas anderes, wenn irgendwas spawnt gleich. Aber das scheint ja hier nicht so lang zu dauern, bis... ...was chattent euch, ja? Ich war zwar in dem Hubschrauber drin, aber als du abgehoben bist, dann stand ich trotzdem weiterhin auf dem Flugdeck. Komm schon, spawnt hier halt mal was zu fliegen. Das sind wir alle erledigt! Äh... Äh... Stop Base Wave, you idiots, hast du gelesen? Einer vom Gegner-Team. Wollte ich mich verarschen, oder was? Ach, vielleicht meinen sie Stop bei uns, oder so. Wir haben das Einsatzstil neutralisiert, over! Oh, scheiße! Jetzt, ey, irgendwo steht hier ein fetter Panzer, weißt du? Und ich liege hier und nehme die Flagge ein. Ne, nehme ich jetzt nicht mehr. Weil sie jetzt hier zu viele sind. Oh, fuck! Oh, nein! Depp! Zu späte ausgestiegen! Scheiße! Der Fall kontrolliert jetzt alle Einsatzziele! Wir müssen den Spieß umdrehen! Los jetzt! Wir schaffen das! Was ist denn da so ein Typ am Ragen da bei den... Im Gegner-Team immer so... Äh... Hab ihn noch erwischt, ja. Sehr schön, danke. Aber da steht schon wieder ein LAV. Ah, das ist kacke. Haben wir da eigentlich keinen? Müssen wir die uns echt klauen bei denen, oder was? Achtung! Einsatzziele ist neutralisiert! Nimm mich jemand weg! Nice! Der war gut! Der war gut! Oh, ey! Es ist einfach... Es ist zum Kotzen, ne? Ja! Die haben dich schon down, bevor du überhaupt... Da bist! Ja! Unglaublich! Ja! Bleibt nur noch US-Einsatz! Alles was übrig ist jetzt noch! Jetzt wieder mit dem Boot darüber heizen, aber... Kommst dir wahrscheinlich eh nicht an! Hä? Was macht er denn jetzt hier? Okay! Endspurt! Wir haben alle Einsatzziele verloren! Das ist unsere letzte Show! Das ist so peinlich irgendwie, ja... Aber was? Was ist jetzt ein zweiter Spiel ausrichten? Wir sind ja jetzt auch nicht so die Pros, ne? Dass man das rausreißen könnte, ja... Ja, da steht schon wieder der LEV, weißt du... Ey, da brauchst du nur einmal kurz die Nase hier ausstrecken, ey! Da stehen sie schon da! Mein Gott, ey! Ja, super! Du bist ein ganz toller Freundsau! Du bist ein ganz toller! Du bist ein ganz toller! Ich glaub, dem hol ich jetzt... Weißt du was? Ich hab jetzt ne Idee! Ich hab jetzt ne Idee, was ich mit dem Arschloch mach! Tja, das ist zwar voll mistig, was ich jetzt mach, aber... Der ist es auch nicht anders! Der steht da und feuert auf den Flugzeugträger! Mal gucken, ob das Ding überhaupt so weit reicht... Jo, tut's! So, lass das Arschloch hier mal ein bisschen... Äh... Stehst du? Weil das geht ja gar nicht, weißt du, hier... Umhängen und blöd tun! Mal ein bisschen auf Abstand halten, ja... Achtung, Alter! Tillis-Natalität-Torfer! So, das bitte nicht nachmachen, was ich jetzt hier gerade gemacht habe... Weil das ist dann genauso Arschloch-mäßig wie der Typ... Aber... Och Mann, das kann doch nicht sein! So, jetzt bleibt der mal ein bisschen auf Abstand hier... Och, nee, hier Jetfliegen, oder was? Nee, lass mal... Tch! Da ist eh schon weg! Komm schon jetzt hier, Hubi! Hubi, 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 Hubi! Ja, heb alleine ab! Ey! Ich weiß nicht, wie lang gibt's das Spiel jetzt schon und sie kapieren's einfach nicht, ey! Die fliegen alleine mit dem Viper rum... Am rumtrollen und ey... So, was ist jetzt mit dem Hubschrauber, der? Ich schalte den Bastard aus! Was ist er für'n Dödl? Hey, Scho, Bossen! Ich werd' ihn jetzt noch fotteln! Die Venom ist da, ne? Ja! Und da unten hängt schon wieder der Arsch rum! Mit dem Bossen-Typ da... Ich, äh, hab' gerade ne feindlichen Panzer in Ordnung... Oh, wir sind spotten da... Siehst, schau' mal, wie sie da am Strand rumhängen! Ey... Konnt'n der uns jetzt noch erreichen? Heißt euch zusammen, Leute! Wir verlieren, wenn wir nicht besser werden! Ich werd'n doch schon kommen... Ja! Da ist er! Blöder Wichser, echt! Komm schon! Ich hab' mich schon wieder so aufregend über diese Arschlöcher, ja... Die Punkte hab' ich nämlich, als werd' ich's noch mitgenommen! Oh, Mann, ey! Dummes Schwein, du! Bayern FC, wenn man schon so heißt, ja... Da ist mir schon alles klar, ey! Für Bayern-Fans... Oh Gott, das sollte jetzt eigentlich nix sagen! Ich halt' jetzt lieber bei der Schnauze! Meine Flasse da! Ja, hier kommst du im Hubschrauber raus! Bi-bi-bi-bi-bi! Äh, hallo? Ich glaub' der laggt auch ein bisschen der Server hier, kann das sein! Ja, da ist schon wieder... Oh nein! Weißt du was? Gib's auf, ey! Da kommst du ja am Strand raus, da ist schon wieder... Schaut, in Scharen hängen sie mit den LEVs am Strand rum! Und keiner von den Flugzeugtypen oder von den Hubschrauber-Arschlöhern kriegt's irgendwie auf die Reihe, weißt du? Ja! Dass er da mal hinfliegt und aufräumt! Da hängen sie lieber alleine im Viper rum! Ja, da ist auch schon wieder einer... Sag mal, wie viel haben denn die von den Dingern? Äh, wie gesagt, die rapen doch den... den Dings... Ey, und wie... wie kommt der denn dann so schnell... Schaut dir das an! Drei Panzer hängen da, Roman! Einen Punkt! Scheiße! Das ist einfach... ich weiß auch nicht, ja... Manchmal hast du so runden, da denkst du dir... Boah, geil, wie gut ist das gemacht! Und dann hast du solche Dinger hier! Wo dann so Pflanzen rumhängen? Die... Eie! Warum haben die so viel, äh... Panzer? Weißt du was, ich trau mir fast was zu wetten, die klauen sich immer unsere, wenn wir nie spawnen da! Check's net! So, ich heiz jetzt hier mal raus! Ich hör's schon... ich hör's schon wieder im Hintergrund! Ich hab extra geguckt, ob da einer im Hintergrund ist... Steig bei B aus, dann hör ich schon wieder einen! Achtung! Das Einsatzstil wurde neutralisiert! Over! Ja, siehste! Ach, so mach... ey, ich weiß auch nicht! Mit zwei... L.A.Vs wieder rum! Ich trau mir fast was zu wetten, wenn du jetzt bei G rauskommst oder so, dann hängen die zwei schon wieder da rum! Oh, was ist das denn jetzt? Oh, ich dachte schon! Ne, ernsthaft? Jetzt gibt's Wasser! Was war das denn jetzt? Ein Vollarsch! Was für eine... ne dumme Sau! Alter Schwede, ey! Jetzt hängen wir hier rum! Mitten drin ist es jetzt! Ja, ne, ich schwimme zurück, weißt du! Ja, und jetzt fliegt er mit dem Flugzeug ins Wasser! Ach so! Ja, und vom Strand aus beschießen sie uns schon wieder! Yes! Doch nicht! Bin drin! Und schon wieder raus! Alter, guck mal, die ballern doch jetzt sogar auf das... auf... auf uns hier! Quasi im... im Wasser, so! Ja, jetzt haben sie wieder keine andere Chance, als hier Base Rape zu machen! Na komm, dann schwimme ich jetzt die 85 Tickets noch durch die Gegend hier! Sprint schwimme! Sprint schwimme! Ach, Mann! Da ist er schon wieder mit seinem Hufschrauber! Na ja, er versucht's wenigstens! Da ist er schon wieder mit seinem Hufschrauber! Na ja, hier! Alles, nein! Da ist er noch nicht der Gegenstab! Geräusche, das ist er schon wieder mit dem Grobe! Hier ist das, was wir hier unter den Blobe auf den Weg machen müssen! Ich schwemme auf dem Strand so Ich schwere, da sind 1, 2, 3, 4, 5 LAVs oder Panzer da Na komm, vergiss es Ne, also da habe ich echt keine Lust drauf, auf so eine Scheiße Ne Wirklich nicht Snipern sie jetzt auch noch hier auf uns oder was Ne, jetzt liegen sie hier oben und snipern auf die Schau dir das mal an Komm hier hoch und schau dir das an Du wirst es auf dem Video sehen Schau dir das an, wie kacke ist das Ich lasse die Einstellung jetzt so, bis es vorbei ist Wie kacke ist dieser Dreck Was sind das für Arschlöcher Unglaublich Unglaublich Ich glaube, du bist zu zweiter mit 4,24 Ey, also diese Runde hat meine KD Also sowas von in Keller Habe ich ja noch nie erlebt So was KD Ne KD KD, was ist das Bei mir ist nur K Ne, D Ich bin erster, du bist zweiter jetzt Nachdem der Typ rausgegangen ist Mit 3950 Punkten Und 3869 Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, ne Richtig Wahnsinn Tut mir leid, wir müssen uns jetzt ja eigentlich auch direkt entschuldigen Für die Leute, die sich das jetzt angucken Die Augenkrebs bekommen Na ich hoffe, die sehen, was das jetzt für eine Kacke war Also was die da abgezogen haben Das war ja wohl voll für den Arsch Ah, stimmt Naja Na gut Beim nächsten Mal vielleicht Genau Frisch, fromm, fröhlich Jo Dann Äh Ciao, ciao Was, ciao Macht's gut, bis zum nächsten Mal Ich bin immer noch völlig fertig, ey Ich bin immer noch total sprachlos Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis, bis denn